hola hallo 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 mein name ist sanna maria von fro energieberatung spreche mit herr sommer ein moment bitte dimitri hallo 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 mein name ist sanna maria von fro energieberatung ist angekommen ihr kompromiss zu folgen wenn sie kann es leernet nichts deswegen formula was ist mit dem strom Wie Sie für Strom weniger bezahlen können, Herr Sommer. Ah, das klingt sehr gut. Weniger bezahlen ist gut. Ja, wer hat schon Geld zu verschenken? Wie bitte? Es hat doch niemand Geld zu verschenken. Natürlich ist das gut. Natürlich ist das gut, ja. Also Ihre Postleitzahl ist 10559. Und damit wir genau ausrechnen können, was Sie einsparen, mit wie vielen Personen leben Sie aktuell in Ihrem Haushalt? Damit mein Kumpel mit zwei Männern. Aber no homo, blöd. Also zwei Typen. No homo, okay. Ich hätte das aufschreiben. Zwei Männer, no homo. Ja, blöd, mach das, blöd. Man weiß ja auch heute, das ist ja gefährlich geworden, weißt du? Ja, natürlich. Also ich schaue nochmal kurz nach, was ich da gut für Sie tun kann, Herr Sommer. Ja, weißt du, du kannst ja eigentlich alles machen, was du willst, aber du musst ja vorher einfach sagen, no homo. Dann ist das alles in Ordnung, blöd. Ja, ja, natürlich. Ach, schrecklich, nicht wahr? Okay, Herr Sommer. Da, ich bin immer noch da. Ich bin da. Ja, ja, ich sehe, der optimalste Spanbieter für Sie in dieser Region ist der Spanbieter SWK. Was für die? Das sind die Stadtwerke Krefeld. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Ich wohne in Berlin. Nichts Krefeld. Berlin. Weiß, dass Sie in Berlin leben. Weiß. Ja, ja, aber... Sie leben in Berlin und Sie sind jetzt mit Strom bei Vattenfall. Richtig. Richtig, blöd, richtig. Aber ich will ja nicht nach Krefeld gehen. Ich will bei Berlin bleiben. Sie gehen nicht nach Krefeld, kein Problem. Sie werden nicht nach Krefeld gehen. Okay. Nein, 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 warte mal. Ich zahle 60 Euro im Monat. Das ist nicht zu wenig. Ja, 60 Euro. Da. Also, ich sehe, dass Sie 60 Euro bezahlen. Ah, okay. Okay. Ja, ich habe hier alle Preise. Ich sage dem Arbeitspreis pro Kilowattstunde. Der ist 24 Cent bei SWK und bei Ihnen ist es 29 Cent. Ah, das ist super. Sie können alle Preise sehen. Ja, ich sehe alle Preise, deshalb rufe ich Sie. Ah, können Sie mir dann auch Lottozahlen sagen, bitte? Leider nicht. Warum nicht? Teile deinen Reichtum mit Dimitri und Dimitri wird dich belohnen. Also, Herr Sommer, bei SWK für den selben Verbrauch, wo Sie jetzt 60 Euro bezahlen, bei SWK können Sie 50 Euro bezahlen. Also, das ist schon was, richtig. Wenige. 50 Euro für Strom. Ja, und das bringt zu einem Jahresersparnis von 120 Euro. Stell dir vor, ich kann auch noch. 10 mal 12 kann ich gerade noch rechnen. Ich muss noch vorlesen, was bei mir hier steht. Ah, ja, musst du Text vorlesen? Nee, den Text. Also, ich muss alle diese Nummern vorlesen, damit Sie sehen, wie das ist. Ach so. Also, das ist 120 Euro Ersparnis in einem Jahr. Finde ich gut. Das ist richtig für Sie. Und wie viel ist dann bei zwei Jahren? Ja, das finde ich auch leid. Nur, nur ein kleiner Spaß. Wieso haben Sie noch gar kein... Das ist richtig. Warum hast du noch kein Wochenende, Blät? Es ist Freitagabend. Warum bist du noch bei Arbeit? Noch ein paar Minuten. Noch ein paar Minuten, Herr Sommer. Wie lange? Bis 18 Uhr oder was? Ungefähr. Ungefähr. Ah, guck mal, dann können wir jetzt ja noch 15 Minuten Spaß haben und dann kannst du schöne Wochenende haben. Du darfst mich Dimitri nennen. Mein Name ist Dimitri. Ah, okay, Dimitri. Also, Herr Dimitri. Nein, einfach nur Dimitri, Blät. Ich bin doch kein Opa. Ja, Sie sind nicht. Sie sind nur zwei Jahre älter als ich. Ah, eine junge Frau, Blät. Sehr gut. Das finde ich super. Ich rede gerne mit Frauen. Weißt du, nur Homo. Gehen wir zurück zum Strom. Also, ganz wichtig für Sie. Die Konditionen bleiben dieselben wie aktuell. Das heißt, keine Vorauszahlung, keine Kution, keine Umstellungskosten. Und als Neukunde bekommen Sie zwei Jahre Preisgarantie, wie auch Betragslaufzeit ab Lieferbeginn. Und so haben Sie dann wieder Ihre Ruhe. Was heißt, äh... Das heißt, für die nächsten zwei Jahre bezahlen Sie bestimmt weniger Geld. Ah, egal wie viel ich verbrauche, Blät. Also, Sie haben ja gesagt, Sie bezahlen jetzt 60 Euro, richtig. Ah, das ist richtig. Ja, ich habe den Verbrauch also so gemacht, dass es 60 Euro ist. Das ist 2.100. Wenn Sie wieder mal weiter so verbrauchen, dann bezahlen Sie die nächsten zwei Jahre weniger. Also, wenn Sie auch weiterhin so verbrauchen. Das ist beim selben Verbrauch. Ah. Natürlich, weil Sie jetzt auf einmal viel mehr verbrauchen, dann muss ich auch mehr bezahlen. Aber normalerweise im Jahr verbraucht man mehr oder weniger dasselbe. Und das kommt immer darauf an, weil jetzt ist ja bald Silvester, ne, Big Party machen. Wie bitte? Ja, weil die Silvester muss ich große Party machen, das für Stromkosten. Wo ist, wo ist Callcenter, Blät? Wo ist Callcenter? Wie bitte? Wo ist euer Callcenter? In Duisburg, das können Sie ja bei der Nummer sehen. Duisburg, weißt du, kein, woher soll ich denn wissen, welches Land, welches Vorwahl kann, Blät? Ich bin doch kein Roboter. Weil du kannst, wenn du willst, kannst du zu meiner Party kommen. Das ist Big Party Berlin. In Berlin, ja, das ist nicht ganz nah. Dimitri, ich muss noch was nachfragen. Ja, aber nutzen Sie auch, Dimitri, nutzen Sie auch Gas oder nur Strom? Gas habe ich auch. Ich habe Tränengas, ich habe Lachgas. Ich habe alle Sorten von Gas. Herr Sommer, nutzen Sie Erdgas oder nicht? Da. 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 Okay. Herr Sommer, an wie vielen Quadratmetern leben Sie? In was mache ich? An wie vielen Quadratmetern leben Sie, falls Sie Gas nutzen? Wie viele Quadratmetern meine Wohnung hat? Ja. Ja. Warte mal, das war neulich einer hier, weil das stimmt nicht, was der Vermieter uns gesagt hat. Weißt du, steht 81 steht bei dem Vertrag und jetzt ist der Vermieterschutz da gewesen und er hat ausgerechnet, dass das aber nur 83 sind. Der hat uns voll beschissen. 83 Quadratmeter. Und wir bezahlen für 81. Das ist doch Betrug. Mhm. Das darf man doch nicht mit sich machen lassen, oder? Also wir sehen auch mal bei Gas, ob Sie auch da einsparen können. Sie sehen, bei Gas, bezahlt Sie eigentlich Gas alleine oder ist das in der Mitte? Äh, ne, das bezahlt mein Kumpel, der Roland. Wir haben aufgeteilt. Der hat gesagt, hier, Dimitri macht Strom. Der versucht manchmal auch zu sprechen wie ein Russer, aber der kann das nicht. Und er hat dann, äh, das Gasvertrag gemacht. Weißt du, wenn der eine auszieht, dass der andere keine Probleme hat. Dann kann ich dich, dann kann ich dich mit Ihnen über Gas sprechen, dann muss ich mit dem Kumpel sprechen. Wir müssen mit Roland reden. Okay, machen wir jetzt weiter. Soll ich die Roland reden? Ja, warte. Nein, 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 Dimitri, Herr Sommer, Herr Sommer. Also ich war, sprich mit der Frau, bitte. Rolena, hallo. Kann ich bitte wieder mal mit dem Herr Sommer sprechen? Wie bitte? Kann ich mit Herrn Sommer sprechen? Ja, ich sage, wo ich bin. Kann ich mit Dimitri sprechen? Die Frau möchte mit dir wieder sprechen. Blöd, ich habe doch gerade gesagt, ich will mit dir sprechen, gib mir das Telefon. Junge Frau. Herr Dimitri, wir müssen erstmal Strom beenden und dann können wir auch über Gas sprechen. Ach, Entschuldigung, ich dachte, Sie wollen mit Roland sprechen. Weil es verschiedene Namen sind, dann kann ich das nicht mit, äh, wir müssen erstmal eines beenden und dann können wir das andere. Ah, Entschuldigung. Also, Herr Dimitri, das Beste für Sie, Sie müssen nichts selber machen. Das ist jetzt Kundenservice vor. Aha. Wir stellen Sie auf den neuen Spartarif umso schnell es geht. Da. Aber natürlich, Sie bekommen erstmal alles schriftlich in Form der Tarifsbestätigung von uns nach Hause. Ein was, bitte? Sie prüfen es dann mit Ihren Kumpeln. Ein gestätigung? Sie bekommen alles schriftlich. Ah, okay. Ja, ein Briefen oder E-Mail? Ein Brief. Ja, Sie bekommen einen Brief mit allen diesen Zahlen, wo Sie sehen, dass 12 mal 10 120 ist. Da kann ich das, äh, kann ich das, äh, kann ich das, äh, kann ich das vielleicht bei E-Mail kriegen, weil die Post macht Streik bei uns. Nein, Sie bekommen es bei Post. Das muss bei Post gehen. Ja, aber die machen Streik, blöd. Wir kriegen keine Post momentan. Nein, nein, das kommt, das kommt bestimmt, das kommt bestimmt. Aber der Zucker Streik, der will mehr Geld haben und die geben ihn nicht. Herr Sommer. Sagt er, ich bringe die Post nicht. Herr Sommer. Ja. Also, Sie vergleichen alles mit Ihren Unterlagen und wenn alles so stimmt, wie von mir erklärt, dann heften Sie das Ganze zu Ihren Unterlagen ab und alles Weitere, das machen die Anbieter unter sich. Damit wir es rausschicken können, Ihre Adresse ist altmoabit 122a, richtig? Das ist richtig. Das ist richtig, okay. Herr Sommer, jetzt brauche ich doch die Zähler- und Kundennummer bitte. Also, soll ich Ihnen jetzt Roland wiedergeben? Nicht Roland, ich brauche die Zähler- und Kundennummer von dem Strom. Oh, das ist, glaube ich, bei Kellern, nicht wahr? Äh, nee, das steht auf jeder Rechnung, das können Sie auch an der Rechnung finden. Oh, ich kriege keine Rechnung. Haben Sie eine aktuelle Rechnung? Die buchen immer ab und einmal bei Jahren, glaube ich, schicken die was, aber das ist schon fast ein Jahr her. Okay, finden Sie diese jährliche Rechnung, dann haben Sie alles. Da, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich das hingeworfen habe. Schauen Sie mal in Ruhe nach. Schauen Sie in Ruhe nach. Möchten Sie so lange, weil ich glaube, ich muss ein bisschen suchen, schon mit Gas sprechen. Kein Problem, kein Problem, ich bleibe dran, ich warte. Wollen Sie so lange das mit Gas machen, weil ich muss ja suchen. Nee, 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 wir können, wir müssen das ganz von Anfang machen. Ah, da. Wo Ihr Name steht. Eine Maske, machen Sie Kunsthandwerken? Oder was für eine Maske, bist du vermummt? Also ich muss alles, dieses Brief für Sie vorbereiten. Dieses Brief, das ich Ihnen schicke. Da. Herr Sommer, schauen Sie mal nach, nach der Jahresrechnung. Beruhig dich, Blatt, ich stehe schon bei dem Regal, Blatt. Ich habe hier 300 Ordner, 600 Bücher, 200 DVD und drei Videos. Willst du das Video mit mir gucken, das heißt The Ring? Wollen wir das zusammen gucken nachher? Herr Sommer, haben Sie die Jahresrechnung oder nicht? Ich habe gerade gesagt, ich suche, Blatt, ich bin nur kleine Russe. Versuchen Sie. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht schneller suchen, als ich zwei Hände nur habe. Roland, komm her, hilf gucken. Also, such das Papier, Blatt, von Strom, Blatt. Und deine Gas kannst du auch gleich suchen, wir werden Geld sparen, Blatt. Nee, das ist Krankenkasse, das bringt uns nichts. Bild der Frau, schlank und fit, acht Figur-Tricks aus aller Welt. Soll ich Ihnen das schnell vorlesen? Bitte. Möchten Sie schlank und fit, Tipps vom Bild der Frau hören? Herr Sommer, ich höre Sie sehr, sehr schlecht. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Können Sie auf einmal sehr schlecht. Ja, können Sie bitte den Blumenkohl aus den Ohren nehmen? Hallo? Ja, Herr Sommer. Devoschka, hörst du mich wieder? Ich höre Sie, Herr Sommer. Da, ich dachte schon, die Bindung ist gebrochen, Blatt. Nee, nee, ich bin hier. Haben Sie die Zähler- und Kundennummer? Da, ich habe das gefunden. Sie haben das gefunden, okay. Da. Schauen Sie jetzt mal nach. Die Zählernummer sollte irgendwo an der zweiten oder dritten Seite stehen. Da, 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 ich habe das gefunden. Soll ich Sie geben? Ja, Sie geben es mir. Da, 0, 2. 0, 2. Schrie bitte. 0, 2. Ist das die Zählernummer oder? Ja, kein, ja, Zähle. Ist das die Zählernummer oder Kundennummer? Vertragszählernummer. Vertragszählernummer. Da. Vertragsnummer oder, ist das nur Vertrag, steht da Vertragsnummer? Vertragsnummer. Und da drunter steht Zahlernummer. Welche soll ich geben? Also, ich brauche Zählernummer und Kundennummer. Alles klar. Und Kontonummer? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Da, ich kann Sie gut hören. Haben Sie gefunden, wo Zählernummer steht? Ja, können Sie bitte normal reden, nicht wie Alien. Also, wie lautet die Zählernummer? 0, 2. 0, 2. 0, 3. 0, 3. 4, 5. 4, 5. 1, 6, 0. 1, 6, 0. 9, 2, 9. 9, 2, 9. Das ist die Zählernummer. Das ist die Zahlernummer. Okay. Zahlung oder Zähler? Zählernummer. Z-A-H-L-R. Ja, danke. Ich kann das Wort schreiben. Ja, sie haben gesagt Zahlung Nummer, deshalb Frage. Blöd, ich bin Russe, was willst du? Du hast auch keine deutsche Aussprache. Mach mich nicht fertig für meinen Akzent, blöd. Ja, natürlich. Wo kommst du her? Bist du aus Kasachstan? Ich bin, ich bin Original aus Bosnien und Herzegovina. Deshalb verstehe ich auch da und ich verstehe Djevojuska und was sie gesagt haben. Ah, kennst du, kennst du den Firma 4D Marketing? Wie bitte? Kennst du den Firma 4D Marketing? Nee. Nicht, das ist bei Bosnien. Nee, aber ich bin schon lange nicht da. Ah, kennst du Muris, kennst du den Muris, blöd? Also, Herr Sommer, finden Sie auch die Kundennummer. Ja, das ist 929. 929, 929. Ja, 06. 06. Ja, 1,5. 1,5. 4,3. 4,3. 0,2,0, blöd. Wie war es hier nach 4,3? Was? 0,2,0. 0,2,0 am Ende. 0,2,0 am Ende. Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Oh, blöd. 9,2,9, 06, 1,5, 4,3. Wie weiter? 0,2,0, blöd. 0,2,0. Und das ist es. Das ist es. Soll ich nochmal wiederholen? Da. Kunde Nummer. Bitte. 9,2,9, 06, 1,5, 4,3, 0,2,0. Da. Und Zählernummer. 0,0,2,0, 3,4,5, 1,6, 0,9, 2,9. Genau richtig. Und Sie sind der Herr Dimitri Sommer, geboren am 1.4. 1987. Richtig. Dimitri. Genau Dimitri. Und der Strom läuft auf Ihren Namen. Nein, das ist von Stadtwerken. Wie heißt der Anbieter? Sagen Sie mir, wie der Anbieter heißt. Na, hier Stadtwerken. Keine Stadtwerke Berlin. Kufis, den Darm 381. Okay. Ich wiederhole nochmal die wichtigsten Eckpunkte zum Spartarif SWK. Ja, das haben wir ja schon durchgesprochen. Ich habe das alles verstanden. Okay, Sie haben alles verstanden. Damit ich Ihnen alles einmal fertig mache, brauche ich noch eine Bestätigung von Ihnen, damit Sie den Preis von heute sichern können und sehen, dass es um Strom handelt. Ich würde Ihnen eine SMS oder E-Mail zusenden. Was ist Ihnen lieber oder schneller? Äh, ich gebe mal E-Mail, weil das Handy ist kaputt. Ich habe gestern gesoffen und es ist mir runtergefallen. Okay, ich habe hier eine. Herr Dimitri. Ich habe hier eine E-Mail. Oh, blöd, die habe ich schon lange nicht mehr. Kannst du bitte andere aufschreiben? Die haben wir schon lange nicht. Sagen Sie mir dann die neue E-Mail. Ja, das ist bigdickdimitri.gmail.com Wie? Langsam, langsam. Big Big Dick Dimitri Ein Moment, bitte. Hallo? Okay, big. Big 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 Dimitri Können Sie das buchstabieren? B I G D I C K Ja. Und dann Dimitri Dimitri At gmail.com Okay, eine Sekunde, bitte. Da. Können Sie nochmal zur Kontrolle machen? Weil das kann man schnell falsch schreiben. Ist das Dimitri mit J, oder? Nee, bei der Adresse ohne, weil da war ich besoffen, ich habe das vergessen. Nur I am Ende. Genau, Dimitri. Okay, at gmail.com Com, wie Computer. Okay. Ein bisschen. Ich werde es jetzt raus schicken und dann müssen Sie mir nur ansprechen. Sporzen an diese Mail. Da. Einen Moment, bitte. Ja, warte, ich muss erst mal meinen Computer anmachen. Ja, ja. Machen Sie das, machen Sie das. Ja, natürlich mache ich das, blöd. Und wann ist jetzt heute Feierabend? Ja, bald. Was ist bald? Habt ihr keinen festen Arbeitsvertrag? Muss ich mir Zoll zu euch schicken? Hallo? Also, wenn ich anfange mit jemandem ein Gespräch, dann muss ich das beenden, egal wie spät es ist. Oh. Das ist aber, wenn ich jetzt richtig gemein wäre, würde ich das vorne in die Lenke ziehen. Es gibt bestimmt Leute, die würden das machen. Aber Sie möchten das bestimmt nicht. Nein. Aber Sie möchten das bestimmt nicht. Nein. Ich mag Bosnien. Würde ich nicht machen. Werden Sie nicht machen. Okay. Nein. Sind Sie jetzt bei einem Computer? Ja, der fährt gerade hoch. Das ist ein alter Rechner von dem Zweiten Weltkrieg, blöd. Von dem Zweiten Weltkrieg? So alt? Ja. Natürlich, blöd. Die suchen diese Computer schon Ewigkeit. Weißt du, Computer steht bei Bernstein Zimmer. Okay. Bei mir steht es, dass die E-Mail jetzt bei Ihnen da ist. Ja. Einmal in Ruhe nach. Ja, erstmal. Weißt du, ich weiß nicht, kennst du dich aus mit Computer? Ja, ein bisschen schon. Da siehst du, ich muss auf Knopf drauf drücken, dann muss Computer warm werden. Ich muss die Kurbel drehen und dann muss ich Passwort eingeben und warten, bis der Programm hat geladen. Dann kann ich Internet Explorer aufmachen und dann kann ich gucken. Also kein Häkling machen. Internet Explorer? Da. Dann ist es wirklich aus dem Zweiten Weltkrieg? Natürlich, blöd. Damals hieß das Hitler Explorer, aber ist egal. Ja, ist egal. Also nur langsam. Da. Kannst du mir so lange ein Lied singen? Nein, ich singe nicht gut. Dann rappen. Kannst du rappen wie Eminem? Nein, das kann ich nicht. Was kannst du denn? Erzähl mir. Ich kann malen, aber das können Sie über Telefon nicht. Ich kann malen, aber das sehen Sie über Telefon nicht. Kannst du mir ein Bild malen? Kann ich dir Auftrag geben? Ja, okay. Stellen Sie sich vor. Da kannst du mir ein Bild... Ein Wald? Nein. Kannst du mir ein Bild, weil ich bin russische Sternzeichen, bin ich Ziege. Kannst du mir ein Bild von Ziege malen? Eine Ziege, ja, die kommt dann mit dieser Post. Okay. Da kannst du bei der Ziege... Da war eine Ziege und das kommt mit dieser. Ja, ja, ja. Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Die Ziege soll bitte so ein Headset aufhaben. Wie hast du bei Callcenter? So Headset, okay? Was muss die anhaben? Ein Headset. Headset für Telefon. Hast du das, was du auf Kopf hast, blöd? Aha, okay. Und darüber schreibst du Telefonziege, okay? Okay. Können wir das so machen? Kannst du nochmal wiederholen? Herr Dimitri. Da? Ist die E-Mail jetzt da? Der Computer fährt hoch. Beruhig dich, blöd. Es ist Wochenende, kein Stress, okay? Ja, aber ich möchte auch Wochenende haben. Weißt du, wenn du einen richtigen Beruf machst, dann hast du Wochenende. Aber weißt du, bei diesen komischen Berufen, dann musst du ja immer arbeiten. Was kannst du für eine Ausbildung machen? Leider nichts. Wie leider nichts. Und dann gehst du lieber bei Callcenter und lügst Leute an? Ja, ich bin wahrscheinlich nicht klug genug. Oh, blöd. Aber es gibt doch bessere Arbeit, als Leute am Telefon schlechte Stromverträge anzudrehen, blöd. Wie meinen sie schlechte Strom? Ja, weißt du, die geben euch ja, du hast ja vorhin gesagt, du liest mir nur die Zahlen vor, aber quasi alles, was du mir gesagt hast, hast du vorgelesen. Am Anfang hast du gesagt, wir hatten ihnen ja versprochen, dass wir uns melden, blöd. Ihr habt mir gar nichts versprochen. Ich kenne euch doch gar nicht. Und die ganzen anderen Sätze, die du vorgelesen hast, das ist alles von Papier abgelesen. Musst du mal eigene Sätze machen, dann findest du gute Arbeit. Weißt du, wenn du Bewerbung auch nur bei Internet drunter lädst, dann kann das nicht klappen. Verstehst du, was ich sage? Ja, natürlich, Herr Dimitri. Da, Herr Dimitri, so mag ich das. Immer schön respektvoll. Und, äh, möchtest du, weil mein Kumpel, der hat einen Ziegenfarm, soll ich fragen, möchtest du Praktikum machen? Nein, nein, nein. Also, ich wünsche dir noch alles Gute. Oh, Ziegenmelken, Blöd, Ziegenmelken, Blöd, ich hab mal wieder gewonnen.